hallo und herzlich willkommen zurück bei alpha protokoll und das bei uns war bei der inzwischen 29 folge was fragst du mich bestimmt und hier genießen wir noch die stille bevor jetzt gleich die action losgeht ich freue mich na ja jetzt 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 gleich sehr unauffällig zum glück zum glück quietsch die tür nicht jetzt habe ich mich verschluckt ich bin unsichtbar ja nahezu ja was auch verzeihung ich mache mal den ventilator aus der die ganze zeit schmacht das war der helikopter na dickerchen trau dich ein stück zu mir vielleicht noch ach so geht's da schleichen wir uns hier um mann 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 sind hier gut so kann man eigentlich natürlich nicht es wäre auch viel zu laut in der hecke das war der hungrige magen des werters da drüben ach so na dann komm her ich stelle den hunger wir müssen gucken da drüben sind noch ne also wenn man das so aus der entfernung hacken könnte wär schon cool naja das falsche spiel wo war denn das ich gehe mal hier rüber das hat mir jetzt nicht gerade sehr viel geholfen wenn du hier rechts rüber geht musst du hier vorgehen und dann cool nein nein du stehst du was willst du mit kugeln das da genau deswegen solltest du weiter nach hinten gehen jetzt triffst du den doch nicht was drei kugeln dein scheiß gesicht diese stelle muss ich oft laden damit ich nicht den alarm auslöse das passiert wenn du mich beim spielen ablenkst ich ablenkst wir müssen da lang natürlich ich würde aber erst den alarm er zeigt uns den weg deaktivieren das bei meiner geistigen leistung heute es geht noch weil die sonst viel besser ist ja kannst mich oh it's your music natürlich nicht es war so klar na wann kommt der bossgegner welcher bossgegner ich hoffe es ist die tür rechts offen ja ich hoffe es gerade Nein. Wieso? Du kannst auch links dann vorbei. Oh ja, das ist ein sehr schöner Raum. Zum Glück kann man mein Gesicht gerade nicht sehen. Ach du Scheiße. Sieht aus wie ich einen Café entdecke. Hör auf! Gut, ich habe Zeit für ein kurzes Spiel. Du hättest doch einfach auf letztens noch mal verstanden. Bin ich aber nicht gegangen, mein guter. Und es ist nichts passiert. Die Säulen hinter denen kann man sich besser verstecken als hinter Billardtischen im Übrigen. Ich fand das gut. Sieht man die Beine nicht. Oh ja, streck dir mal. Ja, da muss ich auch einige töten für. Kass. Sieht aus wie ich einen Café entdecke. Es ist eine Bar-Area. Es sollten die Pool-Tablen sein. Gut. Ich könnte Zeit für ein kurzes Spiel haben. Aha. Das sind auch noch die schwergepanzerten, ne? Ja, ja. Mhm. Wenn du einen unauffällig hinter den Säulen wegschießen kannst, dann können wir schon mal da in die Richtung weiter. Ich sage ja, diese Kamera. Ich weiß nicht. Ne. Wenn ich da hinter der Säule stehe und der da rum geht, dann könnte ich den auch ohne Schüsse ausschalten. Ja, er muss aber erstmal bis dahin kommen. Kann ja nicht so schwer sein. Ach nee, er ist ja da hinten. Ah. Entschuldige, den meine ich ja. Hm, 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 hm. Hübsch gefallen. Diesmal nicht geflogen. Gelb, gelb links, gelb links. Ich. Schau dir, Sir. Danke. Den unten ausschalten? Toll. Oder nee, erstmal die oben, wa? Jo. Erstmal die auf den Dächern, also auf den Balustraden. Einer direkt über dir. Und den anderen würde ich dann zuerst. Komme ich denn von hier? Oh, schön. Das wird in der Ende ein schwieriger Schuss. Kein Problem. Warte doch, bis er... Steht. Was? Nicht nichts. Ach. Er muss genau auf die Seite, damit er den anderen... Ohne dass der dich sieht, möglichst. Weil ich glaube unser... Dieser Weg Richtung. Sag mal, das ist... Verarsch mich doch. Das war doch klar. Mhhh, nein. Der hat alles genau in unsere Richtung geguckt. Und hör auf immer zu sagen, dass etwas klar ist. Hä? Der hat genau in unsere Richtung geguckt. Oben noch. Der kam gerade hinter dir die Zeit runter. Bip bap bip 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 bap. Bip 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 bap. Bip 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 bap. Ernsthaft. Nee, jetzt ist er blau geworden. Oder grün. Oder was auch immer. Aber er ist blau. Gut. Dann... Ja, egal. Mir doch... Da musst du aufpassen. Nicht, dass er jetzt hochgeht und dich hier oben sehen. Jaja. Oh, so ein Köffertchen mit 3000 Euro. Ja, hab ich auch immer dabei. YouTube Money, ne? YouTube Money. So. Im Tresor ist weniger, als die Leute mit sich rumschleppen. Naja, rate mal warum. Wie weit gingste gerade rum? Nicht weit, ne? Ne. Weit genug. Überraschung. Ja, Überraschung. Vielleicht bin ich ja schnell genug. Möglicherweise. Super! Na, Kampf! Los! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nodo. War doch klar. Ich hätte erwartet, dass ich ein paar Mal zuschlagen muss. Du hast ihn ja überwältigt. Hm, hm, hm. Tür? Ja, immer mit der Ruhe. Ein paar wenige Monitore. So sieht das hier auch aus, also. Ja, die kleinen Monitore zeigen wir ja. Hm. Oh, Operation Deus Vult. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe das Geld gesehen. Geschütztür mit der Akt immer bereit. Ich bin bereit. Deins ist da. Deins habe ich... Nee, das ist deins. Aber mit der... Ach ja, tatsächlich. Ich sehe meins aber knapp nicht. Da. Letzte Sekunde. Ja, das war knapp. Ja, das war knapp. Oh, wie schön. Kameras. Und die zeigen abwechselnd immer das Gleiche. Schwarz gegen Weiß. Wer gewinnt? Schwarz gewinnt immer. Denkt mal drüber nach. Die sind ausgeschalten. Stimmt. Da hinten liegt was. Ja... Sieht nach Geld aus. Oder... Infos. Also, ein hübscher Garten hast du hier gesehen. Viel Geld. Hm. So ein paar Bogenschützen im Garten. Durch magische Hand öffnete sich die Tür. Ja, so magisch sind deine Hände nun wieder auch nicht. Bleiben wir beim Ernst der Sache. Aber Ernst ist doch gar nicht da. Doch. Die Scharfschützen hat man ja schon mal gemacht. Was war da hinter dir? Hä? Da oben. Ach so, das war einfach bloß ein... Kuckuck. Klunkpunkt. Ich könnte sie auch einfach erschießen, aber... Das wäre zu einfach. Sie sind aber zu dritt. Ja, und? Ich hab fünf Schüsse. Ja... Aber der eine war grad nicht zu sehen. Der da? Ja. Der war grad hinter dem... Quatsch. Soll ich schon, natürlich. Na... Die sehen aber auch alle gleich aus. Nein. Das sind Zwillinge, das muss so sein. Komm... Komm... Komm näher... Komm nicht näher. Geh einfach. Mach doch auch. Was machst du? Dich ärgern? Na... Jetzt hättest du ihn dir noch wegschnappen können. Oh. Ja, ich dachte ja, der geht dann mit dem dann hin. Das sah von Weitem so aus. Aber ich glaub, die standen weiter hinten. Hm. Naja, naja. Wo müssen wir eigentlich hin dahinter? Was gibt's denn links? Geht's doch irgendwie rein. Nein, du darfst da dranbleiben. Geh doch nach rechts und hau ihn weg, sobald er eigentlich zukommt. Jetzt kann ich mich, glaub ich, gerade nicht bewegen, weil grad hat er mich gesehen. Oh oh. Ja, aber wenn du jetzt nicht nach rechts gehst und den weghaußt, dann... ... wirst du entdeckt. Kopfschüsse sind da ratsam. Geht's aber zielsicher. Nicht totmachen! Nicht mich totmachen! Mach jetzt nicht das Kacke! Piep. Mann! Ich hasse das! Lief doch... Halt den Mund! Jetzt kann ich ja trotzdem nochmal... Ui. Ui. Oh, wie frech. Werden die nicht deaktiviert? Hä? Wie ist das? Hey, ich habe das. Wie ist das? Oh, wie ist das? Wie ist das? bla 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 more bla bla und noch mehr bla noch war die hand die effektivste Waffe wie auch immer naja naja Ich habe ein Pferd für dich. Ich habe die Informationen jetzt aufgelöst. Beobachtung. Es ist sicher eine Menge Sicherheit. Und das ist das. Blondchen. Anything on the news? Ach, dann nicht. In Mass Effect hätte ich jetzt lange Gespräche mit mir über meine Beziehung gesprochen. Geführt, so. Wieso guckst du so komisch? Ich soll doch die Klappe halten. Alter. Alter. Ba, 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 ba. Bonus, Ziel zu Mission. Massalagerhaus, bla, ja. Bla. Gibt's denn... Ja, wir haben immer noch nicht so viel Geld. Glaubst du mal was du verkaufen kannst. An- und Verkauf. Ja, nee, die Munition würde ich behalten. Sonst noch welchen Mist. Nö, nö. Was ist das? Achso. Sieht nicht so aus. Schade. Naja, jetzt bräuchte ich mir noch irgendetwas. Ah, die Minatang. Von Minatang an Mike Thornton. Informationen wurden analysiert. Hey Mike, ich habe die Informationen heruntergeladen, die du von Malburgs des Himmels geholt hast. Vieles davon ist verschlüsselt. Aber in den Dateien wurden zwei Eute zusammen mit Zeitpunkten wiederholt genannt. Ein Lagerhaus im Bezirk Alplilla, etwas außerhalb von Lom. Ich kann nichts Ungewöhnliches daran finden. Wenn Malburgs es für seine Pläne in Lom benutzt, hat er seine Splooden gut verwischt. Ein Blick würde sich lohnen. Pass auf, zwei Blocks vom Lager entfällt, befindet sich eine Polizeiwache. Sie wird also nicht lange brauchen, sollte es Ärger geben. Versuche, so leise wie möglich voll zu gehen. Die andere Lolt ist eine lömische Luine außerhalb von Carl Sulela. Auf den Satellitenbildern erkenne ich nichts und weiß nicht, was sie erwartet. Von dem Bisschen, dass ich ans Schlüsseln konnte, muss es sich um einen Treffel und eine Transaktion handeln. Genaue alles kann ich nicht sagen. Habe dir auf jeden Fall beide Orte auf deinen PTA bergeschickt. Ich würde dir Glück wünschen. Aber wer im Moment aussieht, wählen detaillierte Informationen von größerem Nutzen. Ich laberte dran. Mina Also wenn das irgendjemand versteht, vom Nur-Hinhören, Glückwunsch. Natürlich, die Chinesen. Wir haben schon nicht so viele Zuschauer, Christian. Jetzt haben wir zwei weniger. Au. Irgendwas sticht in meinem Finger. Ich soll wohl nicht mehr schießen. Jetzt müssen wir leise vorgehen. Wir stechen da Passivismus. Nee, nur bei dem einen. Ja. Reicht schon. Hm. Ruinen waren ja genannt, nicht? Ruinen, die wir in der nächsten Folge machen. Wie ich gerade mitbekommen habe. Wo wir dann leise durchschleichen wie ein Schatten. So wie gerade eben. Du kannst sprechen von mir aus. Zirr. 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 Halt dich wieder die Klappe. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Alpha-Protokoll. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.